Hallo und herzlich willkommen im Kanal. Guten Morgen aus Pertisau am Aachensee in Tirol. Es geht heute zum Langlaufen und zwar in eines der Karwendeltäler, diesmal ins Gärntag. Wie immer für euch gefallen gefällt mir, gerne auf den Kanal abonnieren. Lockklicken nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Und jetzt viel Spaß beim Langlaufen ins Gärntag. Das Wetter war heute Vormittag gar nicht mal so schön, aber es war auch schön so mit manchen Karwendeltäler angekündigt und siehe da, das musste jetzt schon ganz gut. Im unteren Drittel ist die Steigung noch sehr human. Es sind fast schon Flachstücke. Ich glaube, aber es wird noch ein bisschen steiler werden, denn irgendwo müssen ja die 228 Höhenmeter herkommen. und die 228 Höhenmeter herkommen. Und in der Drittel ist das, dass wir hier nicht alle anderen, Und wir haben das schon sehr gut. Traumläufe, Traumtag. Gerne allem in Sicht, das ist Talschluss und Wendepunkt der Tour. Zum Brotzeit machen ist es mir ein bisschen zu schattig hier am Talschluss, deswegen fahre ich jetzt mal ein Stück zurück und suche mir dann das Sonnenplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dieser Brotzeit verabschiede ich mich schon einmal, wie immer freue ich mich über ein Gefällt mir. Gerne auch den Kanal abonnieren, Glocke klicken, nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Danke fürs Zusehen, Servus, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.